Liebe Ministrantinnen und Ministranten, liebe Kinder und Jugendliche, ich freue mich, dass ihr ganz spontan sagt, Rätschen lassen wir uns nicht nehmen, ähnlich wie das schon bei der Sternsinger-Aktion der Fall war. Ihr findet Mittel und Wege, diese Botschaft des Evangeliums in der Karwoche, in der Heiligen Woche zu den Menschen zu tragen. Dass ihr diesen Dienst tut und das für einen guten Zweck, freut mich sehr als euer Bischof von Augsburg. In diesem Sinne viel Erfolg für eure Aktion. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind die Ministrantinnen und Ministranten aus der Pfarrgemeinde Marxheim-Deiting aus der Gemeinde Deiting und wir bitten um eure Spenden, weil jede kleine Spende hilft Hi, wir sind die Ministranten aus Diebmannsried und Überbach Wir sind die Ministranten aus Diebmannsried und Überbach Und wir gehen jetzt los! Hallo, wir sind die Ministranten aus der Pfarrgemeinde Adelshausen-Hardekreuz und wir hoffen, dass wir mit diesem Video viele Spenden sammeln können Servus, wir sind die Ministranten aus Rennertshofen aus der Pfarrgemeinde Führung und Tal und Wir raten euch jetzt in die Unterzeiten Wir sind die Ministranten aus Rennertshofen und das ist unsere Rennertshox-Aktion Wir sind die Ministranten aus Rennertshox-Aktion und da dieses Jahr leider keine Rennertshox-Aktion stattfinden kann, sind wir auch dabei, wenn wir digitalen Rennertshox-Aktionen der Aktion hoffen. Wir sparen Wir sind die Ministranten aus Rennertshox-Aktion und der Pfarrgemeinde Adelshausen-Hardekreuz NICK-AZGREUF-T Wir sind die Tour in der Pfarr ejemplo. Nachdenken auf Rennertshox-Aktion Hallo, wir sind die Mindelauer Minis aus der Pfarrei Mindelheim. Wir sind die Ministranten aus Walkersofen aus der Pfarrei-Gemeinschaft Stauden. Wir sind der Quirin unter Tobi und im Namen von den Ministranten aus Rhein am Nech wollen wir uns ganz herzlich dafür bedanken, dass wir bei der gemeinsamen Bratschaktion mitmachen durften. Und es war mal wieder schön, zusammen im Garten zu sitzen und einmal ordentlich anzubratschen. Hallo zusammen, wir sind die Minis aus Beuren und wir machen schon seit 2004 bei der Rätschaktion mit und haben jedes Mal ziemlich Spaß dabei. Wir sind die Minis von St. Kier-Gemeinschaft, die schönste Altstadt in Deutschland. Hey, wir sind die Ministranten von St. Martin-Lauhaus. Hier bin ich Schwanz aus der Pfarrei-Gemeinschaft in Deiningen und wir zeigen euch heute, wie wir mit unseren großen und den zwei kleinen Rätschen, laut Rätschen, fangen. Hallo, wir sind die Minis aus der Pfarrei-Gemeinschaft in St. Martin-Lauhausen. Wir sind die Ministranten aus der Pfarrei St. Martin in Deiningen und wir machen auch mit bei der digitalen Rätschaktion. Hi, wir sind die Ministranten aus der Pfarrei-Gemeinschaft in Deiningen und wir nennen uns auch die Weibachgänge, was ihr halt auch in unserem Ministranten-T-Shirt sehen könntest, die ihr später noch seht. Wir machen dieses Jahr bei der Online-Rätschaktion mit, weil wir dachten, das ist eine ganz tolle Sache. Außerdem könnt ihr auch unseren Instagram-Channel abchecken, ministranten-Riedlingen. Freut uns gerne. Ich bin der Uli. Ich bin der Matthias. Ich bin die Matthias. Und ich bin die Bernhard. Grüß Gott, die Ministranten. Wir kommen zum Rätschen. Wir sind die Ministranten, der Pfarrei St. Martin aus Scheinig und wir reden heute. Hallo zusammen. Wir sind die Ministranten aus St. Michael Katteshausen. Das ist unser Partner, J-Man. Und wir machen dieses Jahr bei der Rätschaktion 2021 bei der Aktion Hoffnungssinnig. Es folgt eine Rätschaktion-Challenge. Der Katteshausen-Ministranten. Die Stranden von St. Michael in Fiola. Hallo. Wir sind die Ministranten aus der Pfarrei Wengen, Pfarrei-Gemeinschaft Burkhardt. Hallo. Wir sind die Ministranten aus Attenhausen. Hallo. Ich bin der Kobin in der Oberhof der U-Ministranten und Pfarrei St. Martin Katteshausen. Ich bin der Ferdinand Katteshausen. Ich bin die Therese Katteshausen. Ich bin die Jone Goff. Ich bin Jelena Knaus. Ich bin Nina Knaus. Hallo, ich bin Brandt aus Axheim, aus der Pfarrei St. Peter und Paul. Wir sind die Ministranten von Dösingen, von der Pfarrei St. Peter und Paul. Wir sind die Ministranten der Pfarrei St. Peter und Paul aus Kirchheim. Wir sind die Ministerin von der Pfarrei St. Sebastian in Städt. Wir, die Oberministerinnen aus der Pfarrei Witteslingen, St. Ulrich und Martin, die Franzi, der Ferdinand, Lea und ich, der Sebastian, beteiligen uns dieses Jahr auch an der Rätschaktion 2021 der Diözese Augsburg. Denn wir finden, dass die Tradition des Rätschens auch trotz Corona fortgeführt werden sollte. Und damit viel Spaß im folgenden Video. Wir sind die Ministranten aus dem Pfarrei Gänzing. Hallo, wir sind Ministranten von der Gemeinde Ungerhausen. Wir, Ministranten aus Weidorf aus der Pfarrei Gemeinschaft, die Kirchen, dank der Selberstuhlhausen, stellen uns ein Köln mit unserer Arschung vor. Wir sind die Ministranten unter Pfarrei. Wir sind die Ministranten aus dem Pfarrei Gänzingen. Heuer hat das Referat Weltkirche die Aktion Hoffnung und die Ministranten Pastoral in unserer Diözese ein ganz besonderes Projekt als Erlös herausgesucht. Nämlich Albanien, ein sehr armes Land in Europa. In Skoda lebt eine Ordensschwester aus unserer Diözese, Schwester Christina Ferber. Und sie hat ein großes Begegnungs- und Ausbildungsprojekt für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen, das den Titel trägt, die Arche. Und für diese Arche in Albanien wollen wir, wollt ihr, den Erlös eurer Rätschaktion heuer spenden. Dafür danke ich euch aus ganzem Herzen. Ihr habt als Ministranten genug anderes in der Karwoche und in der Osterzeit zu tun. Aber dass ihr auch noch zum Rätschen geht, das freut mich riesig. Rätschaktion 3. 3. 4. 5. 6. 7.